Man spaziert nichtsahend über den Santa Monica Boulevard und da begegnet man jemanden, den man ein ganzes Jahr lang in Deutschland nicht gesehen hat, die in der Zwischenzeit eine kleine Tochter bekommen hat, die aber jetzt schon bald ein Jahr alt wird, die in Amerika eine Platte jetzt aufgenommen hat, eine neuamerikanische Band hat und die exklusiv für die Musikbox nach Deutschland zum ersten Mal wieder gekommen ist und ich freue mich riesig, hier ist Nina Hagen mit Smack Jacks! Nina Hagen mit Smack Jacks! Du bist immer wieder aufhörst und bist immer wieder aufhörst Du bist immer wieder aufhörst und bist immer wieder aufhörst axialel Jeremy Du bist immer wieder aufhörst Kein Selbst decrease die k utmost Zu worked! Super! 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Irgendwann mal einladen zu können und dass du auch wirklich kommst, bevor ich mit der Sendung aufhau. Und jetzt bist du gerade in der letzten Sendung drin. Ich habe die erste Sendung gesehen.